wie viel langweiliger rd quatsch will noch kommen heute wird ja auch gerade so spannend wie bei mir ja es ist voll spannend also ich habe gebrochenen arm und krankentransport also es gibt nichts spannenderes in meiner in meinen augen ja gerne mal mit einsatzstufe oder ja ich bringe das ja was ja wie originell also es scheint mir schon ein bisschen sehr viel rettungsdienst für meine hauptrettungswache zumindest th3 freut mich jetzt war so schön dass du das wlf mitten in die mitte gepackt hast ich habe den dekontra hast du tlfs du hast in der wache zwei tlfs wahrscheinlich oder ich habe in der wache zwölf ein tlf wache zehn habe ich nur in halle von 11 ich habe in der wache 14 habe ich noch ein tlf 3000 ist mal bitte mit 14 ist eine oder an die wache 14 da musste erst wahrscheinlich einsatz die vom 11 10 die haben noch eine chemikalienschutz anzug und den sollen sich bitte auch direkt schnappen ich hole mal meine freiwillige feuerwärts und bekämen nach chemie werfen arbeit ja ist richtig dann du hast die schutzausrüstung du bekommst die schere und ach nee ich muss das mal löschen ich muss mal die ganzen bands erstmal löschen hier die ganzen fahrzeuge bräuchte aufschneiden das ist doch Mist so als allererstaus gehe ich erstmal mit allen leuten auf die chemie band drauf damit dann alle einsatzkräfte aktieren können genau was du auch noch mal bitte machst ist dass du mit ja dass du mit dem einsatzleiter die einsatzstufen hast du dann kriege ich noch extra kräfte weil ich habe noch ein bisschen was glaube ich dann außerhalb von euch das habe ich ja nicht so freigeschaltet einsatzleiter raus in ordnung ich habe einen stufen erhöhen gesagt hast du auch bekommen dann geht es vielleicht nur vom haus zu machen habe ich irgendwelche elws ja der hier so anscheinend gibt es hier auf jeder merke eine handvoll an rettungswagen die das feuerwehrfahrzeuge die auch abc zumindest bitte sagen dass es anfangen soll zu löschen ja ich muss gerade aufpassen weil alle fahrzeuge hier beim verkehrs und falls wir jetzt im roten radbereich ja ich weiß dein blf das bringt auch bei land zu brennen wenn du nichts machst ja deswegen versuche ich ja gerade da zu löschen bin bereit so die dekonstation ist aufgebaut bin bereit jawohl so jetzt zwei personen löschangriff okay so dass der entgiftung weg das heißt ich kann es auch meinen rettungsdienst schon hinschicken allerdings müsstest du dir halt trotzdem mal dort einmal durchschleifen ich kann mit den feuerwehrleuten die leute nicht ziehen oder brauchst dafür extra die dekon leute ich vermute um die zu schleppen ich vermute ich wollte normalen fahren du hast da du keinen schlauch angeschlossen hast du hast das dings lf von dem wo die dekon leute angeschlossen sind hat kein wasser mehr ja erwarte befehle baut du deinen schlauch bitte ab und das zweite tlf 4000 ist angekommen beim industriebrand ja beziehungsweise anders ihr habt ne lakritze komm mach die lakritze ready komm mach schneller danke der kann auf die lakritze nicht der kann mit der lakritze nicht löschen höre ich krieg die krise was geht's bin bereit was gibt's ich brauche einen löschwassereingang von dort was gibt's erwarte befehle kein problem dekon wagen sofort zusammenklappen du weg du weg kein problem was gibt's aufladen den innen ab der wir können jetzt nicht mehr dekontaminieren Und hier haben wir einen großen Waldbratt in der Industrie gerade. Schön, dass es dir auffällt. Lassen wir nicht mal Unfähigkeit auf einem anderen Level. Versuch wenigstens die Leute rauszuschneiden. Ja, das macht, ey. Könnte ich aber nicht die Kante. Ja. Naja, einer ist zumindest schon rausgeschnitten. Jawohl. Aber ich kann nach Hause fahren sagen. Wenn ich ihn nach Hause fahren lasse, vielleicht kann ich ihn dann wieder verwenden. Bin bereit, wird erledigt. Ei, ei, ei. Äh, hast du vielleicht noch andere Fahrzeug, um die wir direkt auf die Industrie gehen können? Du hast dort ein zweites T-Löpf stehen. Ja, das erste ist aber leer und das zweite löscht halt gerade, aber das schafft es nie im Leben, die das die unterzubekommen. Das brennt auch noch. Na toll. Hey, brennt gerade alles. Das ist keine Sorge. Eine Sorge. Das ist normal. Ich habe im Chemiepark habe ich einen Dekon-P. Hey, lol. Schön, dass dir das jetzt auffällt. Das nächste Mal nehme ich, will die Hauptberufsäure werden. Ey, du kriegst es ja gar nicht hin. Ne, Lindsay nehme ich dir jetzt immer. Muss das mal wieder auscannen. Ja, das brennt jetzt hier. Hm, was habe ich denn hier noch an Feuerwehr? Die sind dann nicht einsatzbereit, nicht einsatzbereit. Da habe ich noch ein HLF und alle Milch, die DLK noch hier hin. In dem Dekon-Fahrzeug sind sogar sechs Dekon-Leute drin. Und ich habe nicht nur das LF mit den drei piemeligen Leuten, ne? So. Heute seid ihr mir etwas zu nah dran. Hätte ich das Dekon-Fahrzeug nicht eher entdecken können? Das wäre eine Maßnahme gewesen, ja. So, das zweite TLF ist gleich wieder alle. Aber dafür ist das erste TLF jetzt wieder einsatzbereit. Und löscht weiter. Die Industrie. Also ich bräuchte mehr TLFs eigentlich. Ach so, übrigens die Vergiftung bzw. die Überdosis vom RD. Die solltest du langsam mal machen, sonst scheitert der auch noch. Bin bereit. Ach so, ich kann die Leute übrigens, die Patienten, die du rausgeschnitten hast, die kann ich nicht behandeln. Ja klar, weil die müssen erstmal entdekontaminisiert werden. Na gut, weil die haben bei mir kein Dekon-Symbol, das ist das Ding. Bei mir schon. Ah, okay. Aber dafür müssen erstmal der GW-Dekon ankommen. So, Krankentransport mache ich auch. So, der GW-Dekon ist auch noch immer nicht da, der kommt aber gleich. Äh, deine... Zwei Feuerleute von dir sind dekontaminiert. Äh, sind kontaminiert. Ach so, der ist jetzt reingerannt, ey. Ja. Wo sind die D? Was machen die da hinten? In der Feuerwache. Wo ist der dritte? Da. Hast du wirklich keine TLFs? Nein. Die müsste das freischalten. Hast du keine Einsatzleiter, wenn du das freischalten kannst? Nein. Die muss das freigeschaltet werden. Ja, hast du keinen Einsatzleiter? Die muss das freigeschaltet werden. Cool. Das geht, aber du probierst es jetzt nochmal. Ich glaube, das geht auch erst nach einer bestimmten Anzahl an Bränden oder so. Also, ich würde es an deiner Stelle einfach nochmal jetzt nochmal probieren. Alles klar. Erwartete Fehler. Achtung. Alarmstufenerhöhung. Versorgung. Abverstanden. Herzinfarkt. Deine. Hm. Ja, übrigens mir da bei der Zwei-Industrie-Brenner, das ist mir aufgefallen. Wir brennen zwei Industrien? Ja. Jetzt? Also, das hier ist das Gebäude noch, der nächste. nebenan brennt, das weiß ich, aber. Ach so, Scheiße. Ach, der neue Zwei-Industrie-Brennt jetzt auch. Ach so, nett. Ah, da tritt noch nichts aus, oder? Ach doch. Okay. Ist in Arbeit. Gut. Das TLF hat kein Wasser mehr. Dafür das TLF jetzt wieder Wasser. In Ordnung. Ja, wir haben auch alle Kine. Dann kann ich jetzt das TLF jetzt wiederholen. Das wird erledigt. Eine zweite Motorsäge haben sie drin. Ja. Das Schöne ist, wenn die in die Wache reingefahren sind, sind die sofort voll mit Wasser. Das heißt, ich kann ja direkt aus der Wache wieder raus holen und wieder zum Löschen schicken. Aber ich komme nicht runter mit dem Feuer. Also, ich halte das Feuer nur. Vielleicht bringe ich doch ein Trafo. Dir nervt eine BMZ. Gleich brennt noch eine dritte Industrieanlage. Direkt neben der zweiten steht. Erwarte Befehle. Bin dabei. So, beim TH3 ist der... Was gibt's? Hä? Muss die Gretewagen dekonnen hin? Ja. Ja, Leute. Das ist verfahren. Wird erledigt. Habe ich da gerade gesehen, dass die Schutzanzüge haben? Bin bereit. Ja, guck mal, die haben Schutzanzüge. Die drei Leute aus dem Auto, die sind... Die haben nur noch ein grünes Plus bei mir. Also, die sind anscheinend dekontaminiert. Ja, die sind dekontaminiert. Ja, die sind dekontaminiert. Ja, die sind dekontaminiert. Wie auch immer die es geschafft haben. Erwarte Befehle. Ja, ich kann sie nicht versorgen. Ja, ich kann sie nicht versorgen. Also, Geld, wenn wir jetzt dekontaminiert. Jawohl. Entschuldige, die können das mal mit Schutzausrüstung ausstatten. Okay, das ist nicht ganz so... Ah, jetzt mit Schutzausrüstung, jetzt können sie die Leute nehmen, zumindest. Wir sollten uns so schnell wie möglich um den zusammengebrochenen Patienten kümmern. Wir könnten ihn sonst verlieren. Erwarte Befehle. Kein Problem. Höre. Verstanden. Okay, das Ding ist, die dürften jetzt halt nicht so weit rangehen. Einfach wegen Schutz und so. Warte mal, hatte ich hier nicht noch eine Motorsegel? Genau. Ach, das ist sehr in die Flammen gerannt. Na, super. Okay, ich habe mittlerweile einige verletzte Feuerwehrleute. Weil die es nicht schaffen, ihre Dings aufzusetzen. Ähm, ja, das ist mittlerweile so ein bisschen eskaliert. Sagen wir es mal so. Was ist eskaliert? Ja. So, okay. Irgendwann das verliert wäre. Ja. Ganz perfekt. Das gemacht. So, okay. Hier wird jetzt das aufgebaut. Damit drei Industrieanlagen, die brennen und die erstes noch... Willst du vielleicht nochmal versuchen, die Einsatzstufe zu erhöhen? Ja. Und die erste ist noch nicht mal ansatzweise gelöscht worden, ne? Ich habe jetzt das Gefühl, die wird immer mehr. Sogar. Guck mal da. Okay, ich habe keine neuen Fahrzeuge bekommen. Ich habe ordentlich Neues bekommen. Weil ich das Ganze extern halt habe, ne? Ah, okay. Ach, da ist der nächste hier reingerannt. Ey, das ist auch ein Mist. Wenn der GED-Kon beim Verkehrsunfall durch ist, dann kommt der auch direkt weiter, ne? Bin bereit. Der kommt bitte direkt zu mir, ja. Der kommt dann direkt erstmal zum Industrienlöschen. Kein Problem. Zu verfehlen. Warum haben die kein Wasser? Alles klar. Ja. Weil der ist immer noch nicht geschafft, sich an den Hydranten anzuschließen. Jawohl. Ist das peinlich. Bin bereit. Äh, Feuerwehrleute liegen jetzt hier vor meiner Feuerwache? Jaja, ich merke schon. Okay, warte mal hier. TLF 3000. Hier hin. Hier ist Katastrophe. Hier ist Waldbrand. Und die TLFs hier die, äh, Dingenskühlen, äh, löschen. Braucht ihr nicht nahtlos? Abfreude behältet ihr ihre GED-Kon. Zwei gleichzeitig. Und du bist gleich wieder. Und der Löschzug bitte. Einmal hier hin. Dann, was haben wir hier noch? Geräte wagen. Wasser. Gut, aber dann kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Automobilion. SW1. Wenn mir auch irgendeinen, äh, Stromkasten, der ein Ingenieurssymbol hat, auch wenn ich keinen Ingenieursauftrag besitze. Bin dabei. Ich würde einfach mal den Entstörungsdienst, äh, hierher rufen. Gut gemacht. Wegen dem Symbol. Bin dabei. So, die Industrieanlage ist jetzt gut gelöscht worden, weil zwischenzeitlich erstmal kurz beide TLFs da waren zum Löschen, ne? Ja. Ich würde den Ingenieuren nicht aussteigen lassen, weil der hat, äh, ähm, der ist im Bereich da. So. Also, die drei Leute, die hier an den Autos liegen, denen kann ich nichts mehr Dekon-mäßig machen. Eine Person, und die Person, die, äh, sonst hier und noch ringsherum sind, die werden ja erstmal hier hochgebracht zum Dekon und noch dekontaminiert und dann sind die auch fertig. Das heißt, wenn du die Rettung, wenn du die Leute vom VU nicht mehr rettungsdienstlich versorgen kannst, dann ist der VU nicht mehr zu machen. Bin bereit. Ich hoffe, höre. In Ordnung. Also, in meinen Augen ist der Einsatz nicht mehr machbar. Höre. Wird gemacht. Ich meine, das war schon, Mist. Warte mal, kann das vielleicht sein, dass die, dass die tot sind? Ich weiß nicht davon. Das ist gut möglich. Dass sie deinen Neff brauchen. Ja. Das ist eine gute Option. Die sind einfach alle tot durch die Explosion. Hast du einen Neff vor Ort, den du holen kannst? Nee, ich habe einen geholt. Okay. Meine Feuerwehr rückt jetzt ab, mit Ausnahme des GW-Dekon, da werden die zwei Leute jetzt noch dekontaminiert, die jetzt hochgeschleppt werden noch, die Brücke, und dann kommt der GW-Dekon direkt zum Industriebrand, damit die drei Industrieanlagen gelöscht werden können, so wie alles, was linksherum ist. Weil hier bei zwei neuen Industrieanlagen jetzt brennt, ringsherum jetzt schon auch alles mögliche. Mit Waldautos. Da habe ich meinen externen... Das ist der Bahnhof. Das ist der Bahnhof. Das ist der Bahnhof, auch nett. Oh, Junge. Spannung. So, hinter dem Street-Teil, wo jetzt noch nichts brennt, betonend auch noch alarmiert. Dann mache ich jetzt auch mal meinen gesamten Löschzug. Okay, hier explodieren gleich die Tankwagen. So, das versuchen wir mal hier zu halten. Dann... Taktisch. Der rückt mal bitte ab, weil die Feuerwehrleute, die kann ich nicht mehr retten, die sind hier alle fest. Okay, Tankwagen ist jetzt einfach nachmache, explodiert einfach. Dein TLF bei der Industrie hat kein Wasser mehr. Mein TLF 3000 ist jetzt auch da, das versucht man mit zu löschen. Sehr schön, ich hole die... Das TLF ist der Feuerwache 12, das ist jetzt wieder voll. Und wenn das eingerückt ist, kann ich das hier auch direkt wieder rausholen. Das ist schön an dem TLF. Das wird immer raus rein, raus rein, vor, zurück, vor, zurück. Ja, ich merke schon. Okay, ja, die löschen hier so ein bisschen, die halten das halt so irgendwie, wie es geht. Die DLK, die kümmert sich um das Gebäude, dass das halt nicht weiter aus sich ausbreitet. Das ist halt scheiße, dass sich das hier gleich ausbreitet. Was gibt's? Ähm... Ich habe jetzt hier hinten gesagt, das, was noch nicht betroffen ist. Ich finde es auch nochmal Industrieanlage. Da habe ich jetzt meinen Berufsfolger geholt. Und ich werde als erstes auch die Industrieanlage direkt kühlen. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch schon mal temporär drauf gehen möchtest. Aber wenn es auch die vierte Industriedingens hier anfängt, das wäre... Scheiße. Suboptimal. Ja, die sind suboptimal. Ja, die sind suboptimal. Ah, okay, ne, ist deine, Manu. Ja. Erwarte Befehle. Lol, das ist meins. Achso, das ist meins. Ah, ja, das ist meins. Meins um den Brauch. So, anschließen. Ach, du hast deins ja auch platziert. Ja, ja. Jawohl. Würdest du meine DLK gegebenenfalls anschließen direkt? Ich gebe es in Auftrag. Ich weiß nicht, ob er es jetzt so schafft. Wenn nicht, dann mache ich es, ansonsten kann ich mich direkt schon einsetzen, noch bevor mein HLF jetzt da ist. Und auch nicht aufgebaut hat. Naja. So, dein HLF, äh, dein TLF ist jeden Moment leer. Ja. Okay, dann alarmiert es dann gleich mal zurück. Erwarte Befehle. Ach du Kacke. Was soll ich mit anderen einsetzen? Den kannst du zurückalarmieren. Was für andere einsetzen. Deinen Krankentransport kannst du einsammeln. Hier kannst du was einsammeln. Naja, ich arbeite jetzt alle gerade nach und nach ab. So ein bisschen so nebenbei, diese Rettungsdienst-Sachen. Ja, okay, die sind alle tot. Aber da, da lebt noch einer beim VU. Da lebt noch einer, um den wir euch jetzt ganz schnell kümmern. Dein GW, was auch immer, was ist das hier? Der Dekon-P, der steht übrigens immer noch hier rum. Er hat nur drei von sechs Personen. Die anderen drei Personen, die sind wahrscheinlich irgendwo hin verschwunden. Ne, wir stehen hier. Ach so, ja, gut. An den beiden Verletzten, ne? Mein TLF geht vielleicht nach Hause. Äh, deine DLK ist angeschlossen. Die setzt du bitte zum Kühlen der Industrie jetzt ein. Ja, mache ich sofort, wenn ich den Dekon hier hergeschickt habe. So. Die LK, Kühlenindustrie wird begonnen. An der. Ey, die externe Rettung, der externe Feuerwehr, die braucht halt echt ewig, ne? ja ist ja doch weit weg oh man haben wir das kacke gemanagt er war bei zwei dekor einsätze gleichzeitig kaum zwei großfolge einsätze gleichzeitig du bist leer du bist voll weiter löschen zack und ich meine zwei folge leute die dekontaminiert werden müssen direkt mit dekontaminieren naja die vorne bei der feuerwache liegen ach so und es liegt übrigens noch einer weiter hinten ich hole dafür direkt mal rettungsdienst nef und 3 r tv werden für die dekon deiner folge leute von mir bereitgestellt ja ich versorgt den ein daher sich hier verletzt hat mit rauchgasen das ding ist dadurch dass ich das hier gehalten habe übrigens die autos in der nähe der von unserer feuerwehrstation innerhalb der industrie die gehen bald hoch ja ich sehe das flugzeug ist in jedem moment im einsatz ach ja flugzeug ist im einsatz ich würde zuerst die autos machen da wo jetzt gerade ist nach da wie gleich er ist mit dir da geht es erst mal einfach nur das egal da steht ja gerade keine an den autos ja okay stimmt eigentlich ich habe es trotzdem gemacht die nächsten gehen dann auf die industrie ja ich weiß gerade beim ersten primär auf die autos gehen was ist sie nicht zu weit reingehen ja und das was von flugzeug dem 60 verhindern können im flugzeug so die idee konnte heute sind da und ja noch andere noch ihrer uniform an das war natürlich die einfache das problem ist nur ich habe keine ich habe keine wasserversorgung nicht aufbauen kann mit dem vier ich habe ich habe ja nichts um wasserversorgung aufzubauen auf diesen dekon das ist allerdings stimmt ist das ein problem antworten ich brauche hier es hat sich übrigens noch ein paar wenn man kontaminiert von dir der zu weit gerannt ist warum rennt nur hinter junge weil er dann vorher gesehen hat ja 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 okay ich bin jetzt schon mal kurz überlegt nur gerade wie mein... das ist um... dort ist so... ich... leben tatsächlich noch Feuerwehr... der lebt tatsächlich auch noch das LF bitte einmal hierher und man soll das da eine löschenversorgung aufbauen Geil Die Chemieindustrie, die Brenntilz Ich freue mich, dass wir auf Hälfte Obwohl ich die Ford schon mal runtergelöscht hatte Einfach weil jetzt niemand mehr da ist Ich hole mein TLF Da kannst du deine Leute mit anschließen Da können die auch eine Beläschfaserversorgung für das TLF anbauen Weißt du, was ich meine? Ja Problem ist nur Das müsste dann alles manuell gemacht werden Deswegen habe ich gerade einen LF geholt So, zwei Folgeleute, die hier vorne haben Jetzt nur noch ein grünes Kreuz Das heißt, sie sind wahrscheinlich tot Notlärzt steht aber schon hier vorne Das heißt, ich kann Rettungsdienst wieder Aber ich lasse die Arte Ich lasse die Arte jetzt einfach mal hier Sicher ist sicher Okay, beim Herzinfarkt ist der RTW losgefahren Ohne die Patienten aufzu Nicht fragen, akzeptieren Okay, es gibt also noch ein paar Wachs Vielleicht war ich auch nur dumm Und hab den einfach nach Hause geschickt Das kann auch sein Wow, es gibt sogar unterschiedliche Bestandterfahrzeuge Also ich würde sagen, die Polverleute von dem einen erlebt Die erkläre ich einfach mal als verloren Äh, warte, wo ist die erste Industrie Die ist dort Da geht jetzt die nächste Flaschflugzeug drauf Ja Ich hatte die schon mal fast komplett aus Und jetzt ist sie wieder angegangen Scheiße, das dreht drüben auch noch weiter Kurz nichts, aber da drückt die Industrie Das ist Ach neu, jetzt sind die alle Feuerwehrleute Hingerannt von uns beiden Sofort Drei von mir und drei von dir Das ist eine Kacke So, ich baue mit dem LF hier eine Löschversorgung auf Und die sich dann die Idee, die Dinge ins Leute anschließen können Das Gute ist, die Bäume, die brennen einfach alle nicht mehr Einfach weil Halt ausgebrannt Ja So, Flaschversorgung wird hier aufgebaut So, hier versuche ich das wenigstens nochmal einzudämmen So, ihr drei könnt euch einen Schlauch suchen So, Industriebrand sinkt langsam Mein TLF löscht aktiv Ach, warum ist da jetzt ein Feuerwehrmann hingerannt? Keine Ahnung Halt, nein, du rennst nicht auch noch hierhin Du rennst nicht auch noch hierhin Drei Dekonleute haben jetzt Löschwasser Die anderen drei Dekonleute Nämlich zur Dekontamination unserer Feuerwehrleute Löschflugzeug ist wieder unterwegs Ja Die sechs Feuerwehrleute von uns werden auch dekontaminiert hier Durch mich Endlich mal ein bisschen Progress Ja, weil es Weil der ABD-Kon jetzt da Äh, der GWD-Kon jetzt da ist Äh, eins deiner TLFs ist wieder leer So, dann kann ich das zweite TLF holen wieder Ach, jetzt ist hier noch ein Feuerwehrmann von dir Hingerannt Ja, das waren die Leute, die das hinten gehalten haben eigentlich Und die sind jetzt dann weitergerannt Weil es so einigermaßen gelegt hat Das war dann, ja Meinten sie wohl, okay Ich hab einen noch abgefangen, aber Bin bereit Bin bereit Bin dabei Hm, den tue ich gleich mit Äh, machen Ist ihnen wohl ein neuer Fahrzeug gefrein gegeben? Oh, cool Noch eine Alarmstufe Oh, kann man auch machen, ne? Gut, die ersten drei Feuerwehrleute werden dekontaminiert Rettungsdienst bei mir ist vor Ort Für den Fall, dass was sein sollte Ich hab drei RTW und ein Läffler stehen An der Dekonstation Äh, ich transportiere mal einige von denen So, und ihr geht mal bitte damit auf die Industrie Anni, die können die, die Leute können die chemische Industrie nicht mal löschen Die, ähm Die, ähm Die, ähm ABC-Förberleute, die können die nicht löschen Weil? Das können nur TLFs löschen Weil die Industrieanlagen zu krass sind Anscheinend für die Oh, die hat sich in Die Industrie ist zusammengestürzt gerade Ja Aber giftet die immer noch? Ne, die giftet nicht mehr Ha, cool Wird sich ausgegiftet Das ist natürlich auch eine Taktik, dass wir die einfach ausbrennen lassen Okay Löschflugzeug Wo? Wo? Da Zweite Industrie ist zusammengestürzt Wir hätten die eine nicht löschen So Ja So, okay Hier ist Rettungsdienst soweit So, ein Feuerwehrmann von dir ist es wieder einsatzbereit Ah, sehr schön Der ist ein Schlauch So, im Gesandtes Gehen wir gespannt Welche ihr mitgenommen habt Den Schlauch Von dem Wait Was macht der? So, hier mal den einen Feuerwehrmann von dir Der noch hier vorgerannt ist in dir Dingens, der wird jetzt vor versorgt Zweiter Feuerwehrmann ist einsatzbereit wieder Okay, hier scheint sich das erstmal nicht weiter auszubreiten So, jetzt kann ich den Störungsdienst noch einsetzen Der kann jetzt immer die, ähm Der kann jetzt hier mal die Dingenskästen machen Zu Befehl Verstand So, warte mal Ich hätte nicht, dass ich das nochmal sagen können Aber wir kriegen gerade die Kontrolle zurück, ne? Ist deine Arbeit Irgendwas habe ich gerade mit der Perspektive gemacht Muss man die Feuerwehrmann von Dekon-Fahrzeug manuell aufsammeln und den Aufgaben geben Äh, what? Deine Feuerwehrmann von Dekon-Fahrzeug, die ich behandelt habe am Dekon Die musst du vom Dekon mal einsammeln und dann wieder Aufgaben geben Weil die sind weg von jeglichen Feuern gerade Das sind löschen dich automatisch Die Industrien lang brennen wieder Die eine brennt wieder Beide brennen wieder Ah, und die bei Oh, oh Die beiden zusammengebrochen Weil das Gebäude immer noch brennt Und zumindest auch Ich kann die Dekon-Leute nicht löschen, ne? Wir brauchen wirklich die TLS dafür Damit sie draußen schon geschädigte Hier draußen liegt eine tote Person Neben der Industrieanlage Ich hätte schon überlegt, dass ich euch sagen will, dass wir die Kontrolle wieder haben Über den Einsatz, aber dem scheint nicht so Ey, ich habe gerade irgendwas mit der Perspektive gemacht Und ich weiß nicht, was und wie ich das zurückmache Was denn? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie die Perspektive geändert Dass ich weiter nach oben gucke Ich konnte diese ganzen Knöpfe, die konnte ich alle mal auswendig Aber mittlerweile, ich weiß es eigentlich nicht mehr Also ich habe gerade irgendwas mit der Perspektive gemacht Und das hat ein bisschen was Macht nicht mehr, was ich will Was ich meine Ja, ja Kommst du noch zurecht? Verschuldet die Leute, die sich dekontaminiert haben Die sind wieder kontaminiert einfach Ich war jetzt wieder reingerannt Ich weiß So, ich habe einen verletzten Feuerwehrmann Rettungswagen wird gerufen Der wird rettungsdienstlich Versorgungsweise Ne, nimm den bitte nochmal auf Und schlägt den noch ein bisschen weg von der Industrieanlage Jetzt ist mir ein bisschen zu nah an der Industrieanlage Für den Sanitätsdienst Einmal bitte da absetzen Wir werden sehr, sehr viele Toten Ja Ich habe mal ein paar Mit dem Polizisten ein paar Wie nennt man das? Abschlepper geruft Abgeruft Geruft, ja Das ist geil, dass die dekontaminiert sich jetzt auch da anschauen Und so wie die Industrie brennt Kannst du mit denen mal versuchen, die Im T-Lab anzuschließen? Leute, die haben einen Schlauch in der Hand, die dekontaminierten Leute Ja, direkt schon Ja Ich sag dir mal, die sollen sich abkoppeln vom Verteiler Dann sollten die Okay, warte Neff benötigt Das ist kein Problem Neff ist vor Ort So, du kannst direkt die Trage ready machen für den Feuerwehrmann Einmal Schlauch ans T-Lab anschließen Oh, jetzt schlägt der Maschinist aus Aber den Maschinisten juckt das nicht Der Maschinist ist die Mohn Dass der direkt daneben steht So, hab ich hier irgendwo einen Verteiler Äh, einen Hydranten Ich sehe hier keinen Hydranten zurzeit Und weil mir grad nicht angezeigt Das heißt, die muss jetzt hier Ne, ich kann nicht an Hydranten anschließen Gerade Oder muss ich erst an Hydranten anschließen Ja, ich muss erst an Hydranten anschließen Dann hab ich hier einen Hydranten Also ja, ich kann eine Wasserversorgung machen Das dauert nur einen Moment Weil ich alles maluell machen muss Okay, guck mal Das halte ich hier nämlich Weil der hat nur Lakritze Und so brennt der nicht irgendwo rein Das ist schon ein Wortschritt So, die können sich rückalarmieren Der holt mal bitte hier Flaschflugzeug So Hä? Ach so, was ich meine Meine TLF-Steels vor Ort sind Werden mit Wasser versorgt Also es sind beides meine TLFs Die vor Ort sind gerade Okay Wie eine Industrieanlage hier Ich baue gerade manuell Das eine Lab ab, wo ich alle verloren habe Ja Das Problem ist nur Wenn wir dann fertig gelöscht haben Die L-Industrie hier Dann muss ich erst mal alle abstöpseln Die Fahrzeuge wieder Ich weiß, irgendwas ist bei mir Mit der Perspektive kaputt Alter, die ist das Industrieanlage Wenn du nur eine einzige ausgebrannte Baracke Ähm, du hast noch einen der Dekon-Leute Der hat noch einen Feuerwehrmann Ähm In der Hand Oben bei deiner Werksfeuer Ah, der hat genau So Der Feuerwehrmann wurde versorgt Dann kann der weg Und der Notarzt kann direkt in den RTW mit einsteigen Ich hole einen neuen Notarzt Ich habe noch einen einzigen Notarzt Tatsächlich Äh, ich habe auch noch einen vor Ort rumstehen, ne? Was geht Wo soll ich denn den mal Ähm An meine Feuerwache Das irgendwo steht da viel Rettungsdienst rum Ja Da bitte Ich habe gerade die Perspektive noch krasser gemacht Und ich weiß immer noch nicht wie Warte mal Schiff Aha Guck mal hier Damit geht das Schiff gedrückt halten Und dann mit dem Mausrad gedrückt halten Und dann kann man die Perspektive einstellen Okay Hätten wir das auch erfahren An der Einfahrt zum Industriegebiet Hat man das gesehen Hat man das gesehen Da einfach mit hinsetzen In den NEF bitte Weil da ist nur Rettungsdienst Sammelplatz Gut, der Rettungswagen fährt mit dem einen Sanitäter Ey Hey Halt geschehen Es sieht so aus, als wäre das vielleicht mal irgendwann fertig So, schließt du dich mal bitte Wieder an Weil hier brennen gerade schon wieder Büsche In der Nähe der Industrieanlage Und das muss ja nicht sein Die kannst du ja löschen Immerhin So, die Feuerwehrleute hier liegen jetzt schon mal Die kontaminierten alle Geil Was gibt's? Eine Industrieanlage brennt schon nicht mehr Wieder nicht mehr oder? Die haben wieder aufgehört zu brennen Die Industrieanlage von den Zweien Ah ja Ja, wir müssen, wir müssen es irgendwie mal schaffen, dass die Hallo, löschen Die Industrieanlage hier Ah nee, die sind ja TLFs, die brauchen ja zwei Hydranten, um ausreichend versorgt zu werden Hey Leute, hier müssen wir alle einsteigen Also ja, mir ist bewusst, dass wir überall noch Zeug rumstehen haben, das wir gerade nicht nutzen Allerdings ist es halt das Hauptproblem, dass halt nix so richtig funktioniert Schlauch holen Wenn man auch gerade einfällt, der braucht eigentlich nochmal eine Wasserversorgung Hier ist ein Hydrant Anschließen Da ist ein Hydrant Anschließen So, dann kriegen die TLFs jetzt noch eine zweite Löschwasserversorgung Von mir ist es jetzt noch eine zwei Löschwasserversorgung pro TLF abbauen Naja, besser als nichts, ne? Naja Das Ziel ist, dass es irgendwann mal gelöscht wird So, einmal die Folgermänner hier bitte nehmen Die sollten wir nämlich Einmal dekontaminieren und versorgen Du kannst den ja eigentlich auch mal den Dekont schleppen Verstanden Was geht's? Auch in den Dekontamin Ich glaube, ich brauche jetzt noch ein bisschen RTWs Weil mit sehr, sehr, ich hole jetzt gerade eine gute Schar an verletzten, ähm, Pörberleuten ran Und ich habe Keine RTWs mehr Okay, das Gebäude, das die Archimit immer wieder entzündet wird, jetzt gelöscht RTWs willst du noch haben? Ja Sind unterwegs Und Nefs wäre eigentlich auch ganz geil Weil ich habe das Gefühl, die brauchen alle Nefbegleitungen dann So, ihr habt euch angeschlossen Du schließt dich jetzt an das TLF an Und du schließt dich an das TLF an So, wir haben die beiden TLFs auch eine geregelte Wasserversorgung Und können weiter arbeiten Um die Industrie endlich mal zu löschen Die einzige Industrie, die wir halten können Wohlgemerkt Ach, die ist ja schon wieder weiter oben, ey Jawohl Ja klar, weil die TLFs ja keine geregelte Wasserversorgung Ach, die dritte Industrie brennt jetzt auch wieder Ja, die wird immer wieder entzündet Das ist das Problem Ich meine, da bin ich ja gerade am löschen Das sind jetzt vier Feuerwehrleute drauf Auf der Industrie Ein Feuerwehrmann ist jetzt hier an Der dritten Industrie ist verstorben Okay Ähm, ich bin jetzt gerade mal so dabei Dass ich eine DLK anschließe Die das große Gebäude löscht Damit sollte das auch mal dann gelöscht werden Und dann können die Industrien sich auch nicht wieder selber entzünden Das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die Richtung So, ich habe jetzt zwei Wahrscheinlich gleich drei verletzte Feuerwehrleute Ja, ich habe nicht Ich zähle nicht mehr mit Ja, die jetzt hier am Dekon liegen Und die akut versorgt werden sollten Ach so Äh, wo ist denn mein Neff? Wettungsdienst Wettungsdienst Ich glaube ich jetzt gerade am vierten gleich Erst mal mit RTW zum Versorgung schicken Danach erst mal ein Neff Aber für den Fall der Fälle das doch noch Was frei ist Die Industrieanlage wurde gelöscht Die erste Ja Ja Jetzt darf ich die Löschversorgung abbauen Äh, ich hole den GRTW für die ganzen Verletzten Ja Ja, das ist eine sinnvolle Entscheidung So, die Löschversorgung wird abgebaut An den TLFs Das dauert nur einen Langen Moment Äh, das große Industriegebäude Das die beiden Industrien mal wieder angezündet hat Wird, ist gelöscht Ne, ist nicht gelöscht Weil sich das nicht entscheiden kann Ob es gelöscht ist oder nicht Ich sehe welches du meinst Das, wo du BMZ auch ist Ja So, die brauchen alle Neff Ach, das war so klar Ja, irgendwie schon, ne? Kann ich machen Oder kann ich das? Äh, ja, da in RTW Kein Problem Wir müssen hier der Bei dem Herzinfarkt Ich hab der Notarzt ist weg Ich glaube, der Notarzt ist mit dem Äh, anderen RTW mitgefahren Einfach Entspannt Ich bin da von der NEF rum Oder Besatzung In Ordnung Höre So, von RTW Da ist es nur Ja, die brauchen wir uns Notarztbegleitung Also ich brauche noch einen Notarzt Noch einen Äh, warte mal Ne, ne Notarztbegleitung Erstmal nicht Die kommen in den GRTW Da kannst du 5 Ich mein, 4 Ein Herzinfarkt mit Notarztbegleitung Achso, der, ja Oder weh, sich nicht Ich hab noch einen Not-NEF-Fra- Ah, ne, hä? Notarzt So, du sollst dir mal versorgen Und niemand anders Wieder ein Feuerwehrmann Dass ich in Industrie da Kontaminiert hat Die kommen wird losgeschickt Damit er ja nicht erst noch Verletzt wird Ich möchte erst mal hier alle versorgen Niemanden wegfahren Mit Notarztbegleitung Das fände ich jetzt nicht sinnvoll Die nur alle wegfahren zu lassen Schon Du, ich gucke mal Beim Verkehrsunfall Dass ich den fertig aufräume Ja, hier ist einer, der ohne Notis behandelt werden kann Das wird erledigt Ist jetzt wieder einsatzbereit Erwarte Befehle Was geht's? Zu Befehlen Was geht's? In Ordnung Dass wir hier irgendwie die Leute freikriegen Haben wir noch verletzte Personen? Nein, die sind nur Tote Die noch nicht als tot diagnostiziert wurden Oder sehe ich, dass die tot sind Weil die kein Dekon-Logo haben Und die sind, ähm Die Und die liegen starr da Ja Die LTV ist da Äh Sofort Wir brücken gleich wieder Wenn ich jetzt in die Industrieanlage reinlaufen Zwei von dir und Einer von mir Ach, die sind doch dumm, ey Ihr sollt einfach nur das eine machen Und nichts anderes Ja So, und du, DLK Was hindert dich daran Einfach mal hier was ordentliches zu machen Weiß man nicht Ich tue die Satz schon mal die RTWs reinmachen Wenn die Notarztransport brauchen Dann bleiben die einfach da stehen Mit ihrer Notarztanfrage Jawohl Wenn man die Notisbegleitung weg macht Ja, das könnte man jetzt auch mal Ein Großbrand Sondergleichen hier Ein Groß Einsatz voll Ja, eigentlich ist es nur ein Großbrand Mit vielen Verletzten Wobei die Verletzte aber Nur ganz und wenig Unbeteiligte sind Ich glaube es nur die eine Frau Die hier auf dem Bürgersteig tot liegt Die Unbeteiligte ist Ansonsten das alles Feuerwehrleute Die gestorben sind Ach, lol Hier auf einem anderen Wald Hat es einfach auch noch mit übergegriffen Nett Was Was, wo, wo, wo Hier im Süden Dann hast du noch schon gelöscht Das Zeug von dir Ach so, ja, ja Das, das Wie ist es da hin übergesprungen Also das finde ich krass Also ein bisschen geguckt Dass ich das nicht weiter ausbreitet Inhen außerhalb des Radios Das habe ich schon Irgendwas musste ich ja machen Äh, du könntest dann deinen Leuten mal sagen Dass sie dir den GRTwy tun sollen ich bin auch im tlf abbauen hier also schon ist die letzte drüben dann platziert habe dann könnten die einmal beide löschen bei der industrie das hätte ich nebeneinander wenn ich die richtig platziere das löscht flugzeug hat wasser aufgehört ist jetzt wieder einmal bereit die bma naja also nein 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 das ist keine schlauch anschließen wir uns verrückt und seinen schlauch ablegen kannst auch der schlauch ablegen ich kann man dann gerte wie rein transportieren ernsthaft okay kannst du kannst du dir doch ablegen oder die ablegen dass sie die die nicht mehr ja nee kann ich nicht machen ein ruhiger von lna junge atemschutzüberwachung noch jetzt der mit atemschutzüberwachung den scheiß jetzt sehr klar so sehen wir aus so warte mal so dass er die einustriege wieder aufgehört zu brennen wird hier plötzlich einfach irgendwie aufbrennen zwischendurch mal so ne immer mal so zwischendurch ja ja ich habe es geschafft dass die dlk mal die große industrie gelöscht hier das große industriegebäude jay ähm erstes tlf wird um platziert zweites tlf wird von seiner zweiten löschleitung befreit es dauert so unglaublich lange diese löschleitung ab zu machen machen jetzt gebäude brennt wieder an den dingen ja bruder geht du mal nach hause zurück hier du gehörst auch das schlauch holen schlauch holen geht ihr mal bitte wieder zurück der hat sich wieder infiziert hier infiziert genau der auch gerade ja der ist falsch und gelaufen sorry dass ich den wieder rein locken lassen hat der müsste noch einmal konnte kontaminieren also auch schon wieder welche reingelaufen das hinten der wird andersrum das passt einmal dekontaminieren du wirst du bitte hier hinten die erste person wieder so das tlf der versteuer ist angeschlossen du gibst den schlauch ab zweites tlf wird um platziert wo sind die eigentlich wenn die zweite industrieanlage wieder hat eigentlich das tlf 3000 immer noch mal box wieder aufzupaufen von mir buch ist voll wäre auch hier ist 3000 nicht existent also nicht weil ich muss erst mal ich muss erst mal in hydranten finden vorher das tlf anschließen kann das war praktisch in den industriegebäuten gleich so viele dinge sind so habe ich hier zwei dekon leute die sich schläuche holen können nein dann nehme ich halt eben die beiden hier die ganze zeit kann ich bei dir notarzt begleitung machen es kann sein hier dann schicke ich mal ein bei dir rein hier denn also der lna ist übrigens da den kannst du kannst das so machen ja ich bin gerade dabei die lf sandjojo wichtig wichtig welche zuerst die obere oder die nördliche wie wie konnte ich noch wie ging es mit dem befreien das ist vom lotharzt transport befreien einfach fahrzeug und dann draufklicken oder wie ich weiß es nicht also das ist klar welche die noch anklicken muss oder wird erledigt der ist gestorben was gibt weil ich habe jetzt nur patienten triagieren also triage machen aber der da sind die zu spät es kann sein dass die die irgendwie aktivieren muss weil ich kann das fahrzeug die man rechtsklick drauf machen aber sieht eher aus wie weiteren rtw bestellen oder so das logo jetzt kann das kann es aber auch sein dass es das ist der erste tlf löscht mit konstanter wasserversorgung nice zweites kriegte das erste rohr und gleich auch das zweite rohr erst industriellen lager hat aufgehört wieder genau so platziert dass die das gebäude als auch zwei industriellen lagen immer wieder löschen können wenn die anfangen noch mal würdest du bitte dass wir löschen danke würdest du die kontaminiert habe ich sonst noch welche leute umstehen die dekontaminiert werden müssen hier hinten vor wenn man sehr nah bereich lang das löscht flugzeug hat wasser aufgenommen und ist jetzt wieder und verletzten der dekontaminiert wird jetzt hast du noch eine rettungsdienst frei dafür für wen für eine person die noch fällt jetzt die kontaminiert wird und verletzt ist die brauchen noch ein paar momente es da ist jojo dann kann ich mache ich wieder mit der gtw die ist unverletzt die zweite sind die aber ankommt die ist verletzt nur das ist vor ort ja es wird ein wasserverlöschung ganz so krass geholfen wenn man abc noch kann auch die dünnen kann auch die strömhäuschen der ingenieur das steht ja auch bekommen so warte mal du wo gehörst du hin irgendwas müssen noch gewartet werden weil immer noch wartungssymbol ist aber passiert kann ich auch also ich kann nicht anklicken mal da lang außer außen rum lang dann gehst du bitte dahin bei der drehleite die vierte industrielle kühle eingefahren weil es bringt jetzt nichts mehr hinten ist keine akute gefahren ist kein flammenschein mehr irgendwie jetzt sagen jetzt haben wir es unter kontrolle würde ich sagen sagt man lieber nicht zu viel weil die letzte industrie ist trotzdem im moment gelöscht gott diese bma alter so ein verletzter vormann liegt hier ja wird versorgt sehr gut keine ahnung wie man das wieder entfernung macht scheiß drauf ich tue jetzt einfach mal einen notarzt in den ersten rtw reinsetzen mit der weg kann ansonsten habe ich auch gerade einen patient einen der patienten aus seinem rtw geklaut aus einem deiner rtw und hinterher einfach rausgenommen das geht es sehr gut ich habe den gerd wie gepackt das heißt du kannst die notärzte kannst du fahrzeuge zurücksetzen im zurücksetzen inwiefern dieser eine ndf wo der notarzt weg ist der leuche steht der notarzt rum steht in einem auto drin verpackt ok dann habe ich jetzt noch ein nef nämlich frei für die industrie brand das war jetzt mal eine überlegung der lma kann ich auch als also sagt man patienten ausgeklaut ich sehe was gibt es dem hinteren rtw ja dann macht es aus dem vorderen habe ich auch schon geklaut wir haben einsatz abgeschlossen ist das möglich ja dann kann der notarzt wieder aussteigen aus dem rtw ja so weit stimmt das und wir noch eine nef von mir brände sind gelöscht ich wiederhole brände sind gelöscht ja wohl nie ist irgendwo noch ein brand wo wo ist hier noch ein brand ja das brauchen wir jetzt nicht kann ich den einsatz stopp machen stimmt das wäre mal eine idee ich habe jetzt mal ein einsatz weiter losgeschickt um die bma zu killen sehr gut aber irgendwo ist noch ein brand ja ich fahnde gerade nach dem brand ich sehe ihn aber auch nicht also ich habe alles andere ausgemacht an markern aber ich sehe den brand nicht okay den werden wir irgendwann finden das wahrscheinlich könnte sein dass irgendein baum außerhalb ist vielleicht man es glaubt oder nicht aber ich alarmiere die ersten fahrzeuge zurück ja habe ich auch schon gemacht so der bma ist killed nice so ich schicke jetzt gleich mal meine notärzte alle rum so langsam die notärzte rumschicken um die leute als tot zu deklarieren das war noch eine sache exakt so fahren wir hier hinten kein problem ich gibt es zu dem ein typen der hier in den beiden industrien ist den tue ich jetzt mal mit dem als tot deklarieren dann sind ja noch zwei an der rettungswache bei mir einer feuerwache bei mir ja ja und weiterhin ist noch einer da hinten auch noch einer und auf der straße vorne auch die seine frau habe ich schon gemacht die frau auf der straße auch die auf der straße die habe ich gemacht hinten den mache ich jetzt und die industrieanlage mache ich gerade so rettungsdienst von mir ziehe ich mir die rtw ist ab die rtw sind nicht mehr von gebrauch und ob hier noch die nummer 4 oktober an das lf was die wasserversorgung für die dekon leute gemacht hat das jetzt auch abgezogen wird vom deklar noch was benötigt nicht dass ich es wüsste aber urteil welche deklar jetzt dazu nutzen um die wasserversorgung zurückzubauen soll immer noch nur noch nur eine brand also breitet sich auch nicht aus so gaszufuhr wieder herstellen gucken dass du die das sind ingenieur benutzt ja konnte ich gerade noch mal benutzen an dem großen haupt schalter schrank bei dem verkehrsunfall ist es noch der einzige auftritt das um einen fahrzeugbrack abzuschleppen ist das geht allerdings nicht mehr weil der a b der kaputt gegangen ist der der wahrscheinlich fast praktiziert ist der jetzt nicht mehr sind wache aber ich habe es geschafft der ist gemacht so meine clf fahren nach hause auf dem setz ins kabel wurden das ist alles nicht meins hier vorne ist noch zeug von mir das ist der el w der fährt schon nach hause genau so hier stehen aber noch so rennen folge leute von dir rum ja ist ein weichenwagen von dir der kann man probieren das ding da aufzunehmen econ fährt nach hause so der grtw der bringt jetzt die leute weg industriebeginn langsam wieder in betrieb auch wenn die hälfte industriebeutel eingestürzt ist erwarte befehle der hat sich verpackt okay also ich wir haben will ich muss das belohnt noch ein bisschen zurücknehmen es ist nicht ganz flüssig aber okay also das ist halt auch schon in den einsatz anderer maßen ich glaube für solche einsätze ich glaube auch immer schon sieht es glaube nicht ganz ausgelegt nie aber es ist nicht abgestürzt ja wenn wir ruhig dass ich nicht alles ab also ich habe jetzt alle fahrzeuge die da sind haben jetzt einen weg v befehl erhalten von mir na aber mir kann die hälfte nicht weg waren weil ich die leute ich würde sagen wenn wir keine hlf auch nicht weg von drei leute fehlen hier fehlen hier fehlen drei eingebüßt hier vier sieben insgesamt sieben ich habe drei also sieben zehn mann eingebüßt das aber das war ja wobei man sagen muss wobei man sagen muss das war eigentlich deren eigene dummheit also so wie die da ins in den chemischen rauch gerannt sind ja und die konvoi belastet bei dekon natürlich alles zu tun gleichzeitig okay so geht es auch nach hause probier mal bei denen die nicht nach hause fahren weil leute fehlen probiert es mal die taste unten zu drücken und nicht eh es ist immer noch ein brand also noch zwei leute an der rettungswahl die als tot deklariert werden müssen ja habe ich gerade gemacht habe ich gerade gemacht habe ich gerade gemacht so diese eine brand polizei fährt ab polizei fährt ab ich habe mir einsatzmenü wieder ein ein bisschen was verfügbar je jetzt will der notarzt keinen brand entdecken alles klar oh gott ihr könnt ihr mal in die kommentare schreiben wenn ihr mitgezählt hat wie viele tote das waren ich sag zu viele wir haben zehn tote feuerwehrmänner auf jeden fall naja und in der ganzen folge aber wir haben ja hier noch mal zehn tote feuerwehrmänner eine tote passantin hier draußen sind elf und beim vergessen fahrt mit zwei tote zwei tote ne 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 oder waren alle drei es waren alle bis auf einer von den verletzten tod ja es waren nur drei verletzte naja und noch leute die drumherum dekontaminiert ja die konnte ich alle direkt die konnte ich alle durch das dekom durchschleusen und die waren direkt und die waren direkt fertig die mussten nicht versorgt werden das waren nur zwei leute also ich sage ich habe dort im gleichen wagen bestellt dann kann das mit den zwei nicht ganz hinhauen waren die drei waren die also es waren drei extra leute noch aber ich meine aber ich meine die ane rausgegangen werden weg gewesen dann okay dann elf und fünf sechzehn tote diese folge nicht ganz so viel wie in prison architecture ja das ist im simulator nicht ganz so schlecht die quote oder doch die quote ist katastrophe ja es sind diese doppel folge sechs personen gestorben darunter zehn fahrer leute übrigens wurde eine stunde 40 herzinfarkt oder steht nur leicht war geleist stelle ja und die hypertensive krise wird versorgt von dir klar ja sehr gut sie müssen auf 17 hoch korrigieren weil die der herzinfarkttyp verstorben ist ja 17 tote darunter zehn folge leute immerhin haben uns in die bevölkerung gekümmert und 17 leute sterben weil nicht es ist eine katastrophale rate ja das ist so eine chemie riesenbrand nicht geben 11 tot da ich glaube der supergown der sache war einfach nur dass dieser verkehrsunfallen mit chemischer kontamination und dieser verkehrsunfall und dieses dingens gleichzeitig kam weil so konnte ich halt eben auch mit den dekoren leuten keine schlauchverbindung für die tlfs legen und dass die feuerwehrleute alle dort reingerannt sind die dummen kis ja gut das hat ein bisschen mehr arbeit aber das war ja dann das später als es dann lief am anfang lief es ja gar nicht hat sich ja das wurde nur so groß weil sich alles ausbreiten konnte einfach nur diese drei tlfs da da waren die da hin und her getauscht haben und mal kurz danach so ein bisschen wasser drauf gesprüht haben das wobei meint er dann halt auch mal einfach nicht mehr verfügbar war so ist nur diese eine brand beim chemie brand ich frage mich aber aber es ist nichts mehr da du siehst auf der karte nichts mehr also das ganze chemie gelände frei von allen personen und triggern und punkten und allen möglichen das nichts mehr hier 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 ist eine gasleitung hier ist eine gasleitung ja aber die konnte mit die konnte ich nicht behandeln dann ist es wahrscheinlich dass das zählt einfach als brand kann das sein das ist es trotzdem gelöscht worden von uns alles der einsatz ist erfolgreich gelaufen ich würde sagen danke fürs zusehen und dann bis zur nächsten folge die hoffentlich nicht ganz so eskaliert oder ich hoffe dann tschüss tschüss so Untertitelung des ZDF, 2020